aufnahme starten es gibt mal wieder valorant halloa und wie immer nicht nur weil farben fuchs gekostet hat sondern weil ich auch die gadgets gut steifen und etwas soll ja das ist gar nicht das ist echt mal gaming monitor in den heilen aber dieser gedanke ist abstoßend empfindet sie das so schauen wir mal wie es läuft wir starten mit blick da was ist mit minder bei mir vielleicht gibt es noch ein unwetter oder so gerne ist es werden interessante tote werden von mir denke ich töte jemanden mich instant weg einfach mal ein headshot klar das wäre gut bei leck ein pin in dieser war okay easy peasy headshot und das war's jetzt war es oder fiese brauche wenn in der zahinere wälscht also entwerfen Ich spiele vor Haus. Ich heile dich. Ich habe auch nichts mitkriegt gerade, ich habe das Gefühl. So, wo gehen wir denn jetzt hin? Hm. Oh. Ich habe den Spike. Decke Gebiet auf. Schicke Drohne los. 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 Ich habe zu viel was für ihn hat gerade. Schicke Drohne los. Ach, der hat sich jetzt schon der Verstube. Oh, welches dann was jetzt? Schicke Drohne los. Ok, wozu. der lebende verbündete step 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 weil das dann nur so gut läuft wie eben ist hier schon wieder los ein setup ist scheiße ich glaube langer stream wird heute nicht ach warum machen wir es wieder mit oder weil du einer ist bewegt ist ich 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 Was ist das? hat sie war gut. Amazon Alexa. Sprich mit mir. Entdecken Sie den Renault Zoe E-Tech mit bis zu 395 Kilometern rein elektrische Reichweite. Jetzt ab 99 Euro erdmachtlich, inklusive 9.900 Euro Elektro-Bonus. Und nur für ADAC-Mitglieder mit exklusiver Ziel-Elektrische aus Vorteil. dass du scheiße scheiß fucking lexey wieso habe ich heute so trecks lex richtig nervig wahrscheinlich internet generell scheiße dann heute oder so bei uns zeit für einen sprung platziere alarm bot die hau und alter Gegner bei A gesichtet, Gegner bei A gesichtet, ein Gegner übrig, platziere Nanosparm, Nanosparm raus. Ja, bevor wenn das match vorbei ist und dann weiß ich wahrscheinlich aufkehren, irgendwie kann ich was los. Im roten Bereich schon wieder. Tschöööö. Lade nach. Lade nach. Ah, Türmchen kaputt. Mauer. Zweitig. Lade nach. Ich traf wieder nix. Alles überlastet. Tja. Vergesst nicht, eure Waffe ist Nur ein Wachzeug. Nicht nur schießen, sondern auch euer Hirn einschalten. Ganz gut Alarmbord und Stich. Lade ihn auf. Lass 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 ihn auf. Wieso stehen wir da? Alter du Idiot. Was ist mit dem? Boah. Was werden die verpinkst halt ey. Was ist mit dem? Noch 30 Sekunden. Makellos. Toll. Ich hab gut angefangen und verliere mal wieder. Sehr schön. Ich hab's wohl diesmal. Sind schon irgendwelche Muster aufgetaubt? Danke. Ah nein. Und Drecksleck, alter ey. Warum? Verzögerung ist hoch. step 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 war doch nicht so gut über cpu die kodierung einzustellen vorwärts platziere alarmbot gefunden um sie da von aller seite die idiote nicht abdecken darum alleine ich hoffe mal wir gewinnen wir kennen amulana die gießen die seite nur noch zu zweit ja genau geht doch geht doch einfach alle doof wo mein bot ist ihr vollidiot oder echt wie dumm wollt ihr sein ja decke gebiet rex lex alle ich kenne chance irgendwas zu töten ich weiß doch nicht mehr schau oder die decks kommen immer wenn man sich das gebrauchern natürlich hybrid entdecken sie jetzt den neuen renault arkana der sports crossover begeistert mit viel platz für alles was sie vorhaben einem hohen maß an fachspaß modernsten technologien und einem unverwechselbaren design sichern sie sich jetzt 4000 euro neu für altprämie für ihren gebrauchten bei finanzierung oder leasing eines neuen renault arkana bei allen teilnehmenden partnern ein 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 Vielen Dank. 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 Nice. ... Ist das schon? Seht mich an und wisst, dass ich an eurer Seite stehe. Planziere Alarmbotten. Lasst uns jagen. Das ist schon so. Geschöpft vom Stich. Bereite Portage vor. Weck mit dir. Gebein platziert. es kommt eine 4 Siege waren mal wegs Gelb ist 13 bis 12 bleibt angespannt wie eine Bogen rauskommst ich könne das gelaufen er war mit rütteln platziere Alarmbot geschützturm stehen Gegner in der Mitte Der Hund Gegner bei Bink Ein Gegner ist gut. Für dich. Lade nach. Beig platziert. Platziere fort. Beig platziert. Und dann geht's. I'm all in 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 We're still in a bit dumb Yes Verteidiger gewinnen Ich bin Nutzig Wir sehen uns zum nächsten Apokalypther die handy spiele lecken ich bin mal wieder nach einer woche oder so in eisen 2 gelandet aber oben freigeschaltet wo sich die kehlens die sache überholt das sofa und sage mir wie komisch so wenn kann ich noch frei schon dann habe ich noch wir haben doch von der kommt ok zunächst mal hallo leute willkommen auf einem youtube kanal wenn euch die videos gefallen haben lasst mir gerne daumen hoch ein abo kommentiert gerne meine videos sagt mir wie ihr sie findet oder was ihr nicht so gut findet über kritik bin ich jederzeit dankbar vergesst bitte nicht dass ihr die glocke oben aktiviert damit ihr immer über meine neuesten videos benachrichtigt werdet viel spaß euch noch danke fürs zuschauen